Und wie geht es eigentlich? Wie macht man gute Beats? Wie machst du gute Beats? Weißt du es nicht? Nowadays ist der Quintment kein Problem Willst du Hits produzieren? Und was willst du dir holen? Wie ist es dritte Nation? Oder doch analog? 808 garantiert, noch mehr Spaß als Prompt Doch zu allererst brauchst du die richtige Snare Und weil es Toastie davon gibt, ist die Wahl ziemlich schwer In die besten Reifen Setzen drüber mit Menü raus und runter und das ganze klingt wie pure Wie die Kinks liegen im Dach, sie klingt ganz so versetzt Und wenn die Cops kommen, dann hast du die Nachbarn gewählt Spiel die Welt ein und die Heilte, sie geben ihr Drive Bisschen nach Sam's, das kommt ebenfalls rein Bei Produce geht es nicht um technische Scheiße Es geht um Info und damit ist die Sampel gebannt Was am Ende uns wird, dass die Zeit nie raps Stand yes, die Tricks Wo bleibt der Text? Die Erfüllung Vor ein, Alter Jetzt haben wir den Bienen, was kommt jetzt? Erst zum Ende Nein 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 Was fehlt da? Wenn du den Beat hast, dann fehlt da was Ach, hier Ja